Und damit wieder willkommen, willkommen, zurück, zurück, bei Forcry und dem Herrn Lück und wenn der Regulator zweimal klingelt. Ich bekomme Befehle und dann bevor... Hast du was gesehen? Hast du was gesehen? Achtung, ich zeige dir, was du gesehen hast. Jetzt muss es doch klappen. Was ist denn hier los? Ach, er legt sich schon so hin. Okay, warte mal nochmal. Oh nein, das kriegt er nicht. Wieso trifft er mich denn? So ein Blödi. Das gibt es doch nicht. Jetzt hat er mich getroffen. Na, jetzt wird es scheißen, Dreck. Was war das? Was war das? Hallo, hallo. Was ist denn hier los? So, da ist noch einer. Ich weiß es. Ist alles okay? So. Jetzt am besten gleich eins, zwei Jungs. Ah! Nein! Für dich hat er Spaß jetzt ein Ende. Für dich hat er Spaß ein Ende. War da nicht was? Da ist er! Dir schieße ich direkt zwischen die Augen! Was ist denn hier los? Oh, verdammt! Oh, das wird schon wieder eng. Ah! Komm. Gib mir alles. Gib mir alles. Gib mir alles. Weil ich es brauch. Seit ich hier arbeite, geht das so. Du bist doch... Dieser Kantinenfraße ist überhaupt nicht gut. Vielleicht jetzt zur Hölle. Verdammter Mist! Ah, in dem Po. Bist du tot? Komm, ich habe mich extra hingelegt für dich. Oh, nein! Jetzt bist du aber platt. Hehehehe. So. Okay, jetzt... Ach, hier! Hahaha. Oh, je, Baby, oh, je, deine grünen Haare. Du siehst aus wie der Joker, Baby. Joker, Baby, oh, je. Lass mich doch mal deinen Pups noch riechen. Hm, du bist aber ganz schön hohl innen. Naja. Ob. Sonst trägt er gleich einen auf die Schnaubsachen. Dann verwenden wir mal den Computer, machen das so. Und jetzt werden wir wieder diesen Typen hier abnetzeln müssen. Oh, was? Einmal. Er war zu dritt. Ist alles okay? Es war okay, bis du kamst. So. Ach! Okay, vielleicht müssen wir die brutale Methode machen. Wir haben ihn! Ihr habt niemanden. Das müsste euch doch klar sein. Dich mach ich nieder! Nimm das! Hä? Aaaaaaaaaaaaaaah! Nein! Was zur Hölle? Ich nehm mich auseinander! Nimmst du ja niemanden auseinander... Uäh! Ich weiß auch, wenn du willst! Wenn der Regulador zweimal klingelt, dann sollte man nicht rangehen. Was hast du denn erwartet? Wenn ich das jetzt wieder verkacke... Hey! Genau, so. Bück dich! Bück dich! Bück dich! Komm! Und der Schuss hat... Komm! Ah! Und der Schuss hat der Koper! In deine Täter gibt es eine kleine Wunde! Ja, jetzt liegst du flach! Schon mal bereit, mein Freund! So, jetzt ist die Frage. Kommen wir denn so raus? Ne! Man muss das immer machen. Und dann könnte man ja folgendes machen. Man könnte den... Siehst du das auch? ...nutzen. Man könnte einfach ein Stückchen nach hinten gehen. Und legt sich hin. Und wartet. Aber wie lange soll man den warten? Ah, da! Guck mal, ich hab 300 Schuss! Nein! Was ist denn mit meiner... Oh, nein! Was gibt's denn da für einen Trick? Einen anderen. Ein anderer Trick! Ist immer noch besser als gar keiner. So. Ach! So, ist doch viel schöner. Geht doch schneller. Aber diese anderen Jungs, ey. Die sind echt heavy. Echt heavy. So, okay. Wie weit kann ich denn... Was kann ich denn tun? Okay, schauen wir mal. Zack! Ja, gute Arbeit. Gute Arbeit. Hier ist immer was. Ich will euch einzeln. Kommt. Ich hab nicht so viel Zeit. Ah, okay. Einer kommt. Einer kommt. Was ist denn hier los? Und legt sich hin. Der nächste, bitte. Ist alles okay? Es ist alles super. Ich brauch zwölf Schuss. Das ist zur Hölle! Komm, komm, komm. So läuft's. So läuft's. Solange ihr Vögel Ähm Keine Granaten nutzt. Scheiße, ich komm nicht an meinen Kaffee ran. Ich muss mich konzentrieren. Da kommt da noch jemand oder sind wir hier allein? Allein, allein. Irgendjemand ist doch noch da draußen. I know, I know. Na komm. Hier. Ja, was war das? Hier. Angelockt. Na komm, ich höre dich. Meine lieben Zuschauer. Leider geht es nicht anders. Ich muss es so machen. Nein! Nein! Okay. Oh. Oh. Mann. Okay, das waren gleich zwei, oder? Wow. Wow. Hello. Höre. Und komme. I need a tactic, a tactic, a tactic is what I need. Der eine, der so durchgerannt ist, der hat mich jetzt echt wahnsinnig... Ja, da ist noch einer. Du kannst kommen. Da ist noch einer. Ey, sag mal, was ist denn das hier für ein Schundhaufen? So. Wie viele sind denn das jetzt noch? Wenn ich jetzt abspeichern könnte, ich würde es tun. Guckt euch doch mal diesen Sauhaufen an. Oh. 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 wirklich erstmal nix. Ich hoffe nur, jetzt kommt nicht noch so ein Flugzeug. Oder so ein scheißen Drecks-Judenkopter. Das sieht echt gut aus, ja? Haha! Geile Taktik! Das sieht echt gut aus! Ich muss hier noch mal rumgucken, ob ich hier noch irgendwas... Nee, eigentlich muss ich hier nicht mehr rumgucken. Ey, Jungs! The best of the best. Was muss ich denn hier machen? Wo muss ich denn hin? Scheiße! Wo geht's denn hier hin? Ich hab's geschafft und weiß nicht, wohin! Doch, das muss doch hier sein, oder? Ah, hier, guck mal, das Schloss. Ah! Haha! Oh, nein! Echt, ist es wahr? Und wie komm ich da jetzt raus? Ha! So, kommt man raus. Und wenn jetzt das Ding angeht, dann krieg ich einen Hals. Nein! Ach, du Scheiße! Was ist denn da los? Oh Gott! Oh, nein! Oh, nein! Ein Obo-Monster! I don't, kein Fuzzing, das! Was ist das für ein Englisch, ne? Jetzt kann ich wenigstens mal meinen Kaffee trinken, hier! Ihr lieben Leute! Ja, ja! Oh, halt! Was ist denn jetzt mein... Sie ist die halbe Insellänge von Ihnen entfernt? Können Sie mich zu ihr führen? Ich kann's versuchen! Wo ist meine Lampe? Gut, ich mach mich auf den Weg! Wo ist meine Lampe? Das war doch... War das K? Ne, L! Ah! L wie Lampe! Oh nein, schon wieder kaputt! Oh, ich dachte, das ist eine offene Welt hier! Das kannst du wohl knicken! Ob ich die mit meiner Lampe lampen kann? Warum zum Teufel liegt hier eine Machete? Das ist die question! Äh, Lampe aus! Genau! Aha! Trigemen, Trigemen! Ob ich jetzt mal einen Speicherpunkt noch bekomme, ehe hier Feierabend ist? Warum ich so vorsichtig bin? Weil ich es muss! Ah! Ne, gar nicht! Hier lang, oder? Wer hat hier Spaß? Und wo ist das Ende? Oh, das ist gut! Ich muss erst mal hier rumgucken! Au! Ja! Fett, der ist so umgefallen! Du bist ja schon vorher umgefallen! Du bist ja vorher schon umgefallen! Hier kam ich her! Ah, jetzt rutsche ich wieder! Alles klar! Oh Gott, hier sieht es aus wie bei Schweins! Sofa! Das heißt, ich muss hier runter, he? Oh, wer macht denn... Warum soll ich das machen? Warum soll... Ah! Okay! Was ist das hier für eine Waffe? Die habe ich voll! Gut! Warum zum Teufel soll ich hier runtergehen? Und wie ich hier runtergehe? Das kannst du essen! Aber das ist eine gute Idee! Wenn die mich verfolgen, könnte ich ganz schnell... Also ganz schnell ist gut gesagt... Gib mir einfach einen Speicherpunkt! Tja... Hier ist eine rote Tür! Ah! Gespeichert! So, jetzt kann ich mal noch ein Stückchen weitergehen! Hier ist nix! Äh, hallo! Hallo! Oh! Hehehe! Dann gehen wir mal schnell da rüber! Weil jetzt habe ich ja gespeichert! Hä? Du hast zu? Scheiße, was denn jetzt? Hallo! Ah, ich muss das Ding aufdrehen, ne? Er sagt das doch! Und was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt die Tür aufgemacht da drüben? Das ist... Das macht ja keinen Sinn! Ne! Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Aha! Wie soll denn das jetzt gehen? Was macht denn das für einen Sinn? Was zum Teufel habe ich jetzt gemacht? Wie komme ich denn hier weiter? Ne, da nicht! Hä? Ah! Guck mal! Okay! Was hat das jetzt gebracht? Auch nix! Was ist denn das für ne Scheiße wieder? Äh, 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 äh! Hängt da noch irgendwas? Hallo? Da muss ich rüber! Na, das wird aber so nix! Warum speichert das hier? Wenn mir das nix bringt! Komm, geh mal schneller! Kann ich hoch? So, ne, das ist das Schnellste! Hier werden wir... ...zu Brei! Ah, gehen wir mal hoch. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Aber hier komme ich nicht lang. Von dort bin ich gekommen. Dann muss ich da hinten rum, ne? Ach, den Dampf abgeschalten. Ach, okay. Oh, daneben. Das ist ja auch ganz selten, dass ich mal daneben ziele. Jetzt müsste ich aber eigentlich noch bis zum nächsten Speicherpunkt... ...müsste ich es eigentlich noch schaffen. Brauche ich nicht. Ach, hier. Ja, da nochmal. Hanna. Oh, oh. Ich höre was. Gespeichert. Okay, hier haben wir gespeichert. Hier machen wir auch Schluss. Wir haben es geschafft. Ich bin so stolz. Bis dann, tschüss. Herr Lück, hatte Glück. Bye, bye.